Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute entführen wir euch an einen Ort voller Magie und natürlicher Schönheit. Die Plitvica Seen in Kroatien. Die Plitvica Seen sind wie ein Gemälde der Natur, ein Kunstwerk aus klaren Gewässern und grünen Oasen. Schaut euch dieses erstaunliche Farbspiel an. Ein Netz von Holzwegen ermöglicht es den Besuchern, diese Naturschätze zu erkunden. Ihr werdet mit jedem Schritt tiefer in die faszinierende Umgebung dieses Naturparadieses gezogen. Hört ihr das beruhigende Rauschen des Wassers? Kleine Wasserfälle ergießen sich in die Seen und schaffen eine harmonische Symphonie aus Naturklängen. Und hier, versteckt in den Tiefen des Waldes, enthüllt sich der Höhepunkt. Ein majestätischer Wasserfall. Das klare Wasser stürzt herab und bildet einen schimmernden Vorhang, der das Herz dieses Ortes ist. Die Plitvica Seen sind nicht nur ein visuelles Fest, sondern auch eine Ode an die Natur. Eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, unsere Erde zu schützen und zu bewahren. Das war unsere Reise zu den Plitvica Seen. Wenn euch diese natürliche Schönheit genauso fasziniert wie uns, vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Entdeckungen zu verpassen. Bis zum nächsten Abenteuer. Bleibt neugierig!